Unterwegs in den Walliser Alpen, im Wald Ferre, das wir hier sehen, im Dreiländereck Italien, Schweiz, Frankreich. Abfahrt vom Gaule de la Fouche. Oh ja, schöne Unterlage. Und darauf 10 cm Foulverschnee. Sehr fantastisch. Im Wald Ferre hat Schnee. Wir können die Tour allen empfehlen. Sehr fantastisch. Besten Dank und allen gute Touren.